So, als Grüß und Gentlemen, jetzt kommen wir zurück zu Dead Island Red Tide Und es ist immer noch eigentlich schier unmöglich Ach, wir haben hier ein paar Bomben Hm Wir können natürlich mal das ein... Oh, ne, ey, wieso? Ja, klar Oh, wow Das hat ziemlich reingehaut Es ist so eine Nervige Es hat... Hab ich überhaupt getroffen? Hab ich überhaupt getroffen? Ehrlich? Seid ehrlich Okay So Jetzt komm noch mal her Und... Ich mein, die will nicht sterben Sie will einfach nicht sterben Sie will einfach nicht sterben Es ist... Sie ist echt schier unmöglich Wahnsinn Unmöglich Ne, vergisst es Okay, ich brauch... Was anderes Oh man Scheiße Warte, wir haben hier eine straffende Schrotflinte Okay Okay Ja In... Oh nein, oh nein Hab ich sie Oh nein Das ist nämlich eigentlich verarsch, ne Och komm Jetzt ist aber okay, oder? Was ist jetzt aus der geworden? Ernsthaft Äh, willst du mich eigentlich auf den Keks nehmen? Hast du eine Ahnung, was ich kann Nimm das Muttergen Oi, dann nehm ich das jetzt auch Oh ja Oh wow Jetzt gibt's Stress Oh Ja, ist natürlich gut Oh ja Oh ja Boah Oh wow Oh wow Oh wow Äh Ah, ich bin wieder gestorben Ist okay Ist okay Was? Okay Oh wow Oh wow Oh wow Nein Okay Okay So, jetzt halt Ist sie endlich tot? Ah Gott Alter Siehst du das nicht? Ja, ist klar Alter, bitte Kopf abschneiden oder sowas Bringt nix Du bist der Ja, ja Ich bin der Angel of Hero Of Hero Ness Pfff Dumme Pfff Alter Wahnsinn, ey Da gibt's keine Entschuldigung Oh man Verfluchtes Schiff finden Wird doch mal Verdammt nochmal Zeit Wo sind Wie, meine ganzen Waffen? Alle weg Alle Kann ich dein Ernst sein? Verarsch mich nicht Verarsch mich nicht Ernsthaft Kann nicht sein Ach, nee In der Tat Scheint so zu sein Ja Na, ist okay Pff Jetzt hab ich die alten Waffen noch bräuchte Oh wow Ja, das ist sehr gut Das ist doch In der Tat Oh man Jackpot Ah, nee 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 Wahnsinn Super So, jetzt Ja, das ist eigentlich relativ Alles nutzlos, was ich hier hab Ach, nee Hier ist schon wieder so einer Oder was So Und wo ist der? Ah Grüß dich, ne? Naja gut Ich hab jetzt echt Alter Alter, hast du mich Oh hey Hallo Na, das sieht mir doch mal nach nem Boot aus Hallelujah Okay, gut Ist okay Ähm Achso, muss ich jetzt noch da hoch gehen Hä Ja, das Boot ist da Achso Ah, okay Äh, ja Was Komm schon, sei nicht so naiv Hat mich der Typ echt verarscht, oder? Oh, nein Oh, wow Oh, wow Oh, wow Um mich zu überhandeln Wie, ich hab gedacht Ich hab mich jetzt töten, ne? Äh Du kannst es nicht kontrollieren Und du kannst es nicht aufhalten, ne? Ah Okay Okay Wie jetzt Wie kam der Typ überhaupt jetzt daher so schnell? Ich bin Äh Durch Ich hab Millionen Zombies übrig gelassen, aber okay Bedeutet dies, dass du Äh Äh Wie bitte? Hä? Achso Jetzt verstehe ich Ach, ich könnte ja noch die Quests abschließen Achso Nee Sorry, oder? Das ist jetzt alles nix Fertigkeiten Hab noch einen Punkt Hier, wer will noch was? Wer hat noch nicht? Keine Ahnung Steh Ja Von mir aus So Nee, oder? Na komm, lass mal es gut sein Wir müssen nicht jede Quest Aber ich meine Das ist alles billiges Palabra Irgendeinen Gegenstand finden Ich würde sagen Finito Doch Na mit dem wäre ich ja leichtfertig geworden Ne Oh 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 Naja Ich fühl mich gut Ich fühl mich sehr gut Ich fühl mich echt gut Wurde ja auch mal verdammt nochmal Zeit Oh ja Adios Ich bin raus hier Wenn sowas von raus hier Was ist das? Hä? Was ist das für ein Ort? Wer ist das? Oh Kennen wir den nicht? Natürlich kennen wir den Oh nein Oh Und die in ihrem Und die in ihrem Kino Bleibt da drin Ja, ja Die mit ihren Ah, Moment mal Ah, da sind sie alle Ich dachte schon Ich dachte schon Ich hätte Ah Kein Problem Gut A-OK, Doc Dieser Serbo Und zwar für immer Und da geht Sechs Tage später Die Küste einer abgelegenen Insel Dass die Krise vorbei ist Was? Aha Reisen in die Region aus hier raus werden nach wie vor nicht gestatten solange die Rettungsoperation andauert Wurden dementiert Ah Die Situation zu bewerten Aha Was guckt die so? Was guckt die jetzt so? Ach so Das ist jetzt unser Boot Das jetzt kommt Oder was jetzt? Oder wie jetzt? Müssen wir das jetzt verstehen? Äh 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 Hä? Was? Was? Das ist jetzt nicht das Was jetzt passiert ist, oder? Es ist jetzt nicht das Was passiert ist Es ist jetzt nicht das Was passiert ist Und schon wieder dieser Sam B Remix Ähm Ernsthaft? John? Ja, wir hatten da einen zweiten Account angefangen Wer hat denn da einen zweiten Account angefangen? Ach so, ja Ist klar Null Hä? Also sind jetzt alle tot Sind jetzt alle tot Persönliche Statistik Ah ja, bitte Elf Stunden 53 Minuten 76 Wir sind 48 Kilometer gelaufen Alter Schwede Sechs modifizierte Gegenstände Benutze Medikits 24 Geheilte Koops Ey Wen muss ich jetzt hier verprügeln? Oh Mann Wir haben null Rammer getötet Da haben sie aber Glück gehabt Dr. Kesslers Fallbuch Oh, wie cool Ach, wie cool Ein ertrunkener Leichenfresser Frankie, die Geiselohara Ja, ja, ja Genau Die haben wir auch Schreier Ah, ist schrecklich Ach ja, witzig Ach ja, witzig Aha Also jetzt sind alle tot Ja, krass Ja, Wahnsinn Ah, super Toll Das war's dann Aber trotzdem Auch wieder Wenn nichts wirklich Sich viel geändert hat Von der Gameplay Und von der Grafiker Von Dead Island Dem ersten Teil Was trotzdem Es war trotzdem Viel Lust War Spaßig Es wieder zu spielen War cool Und Boah Jetzt hab ich genug Erstmal davon Jetzt brauch ich Kein Zombiespiel mehr Nee Nee, nee Ich hatte Nee, nee Über sowas macht man keine Witze Stell dir mal vor Das passiert bei uns Wobei Jetzt hätte ich doch So Lust auf The Walking Dead Die zweite Staffel Hätte ich doch Lust Okay, wie gesagt Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe Dead Island Riptide Hat euch gefallen Und würde mich freuen Wir beim nächsten Mal Wieder Naja, bei einem anderen Spiel Vielleicht bei einem Anderen Dead Island Teil Bald irgendwann Kommt ja Dead Island 2 Das werden wir uns Vielleicht auch antun Und dann schauen wir weiter Mein Name ist Bernhard Und ich sage Für Dead Island Riptide Für heute Auf Wiedersehen Tschüssi Tschüssi Tschüssi